seit tagen seit tagen regt mich das auf dass es hier ein bisschen dunkler ist ich wollte wissen warum hier der levo denkt ja ich habe keine augen ich habe keine ohren ich weiß nichts ich sehe nichts hier was pflegestäbchen ja ja alle sagt levo gibt geld er sagt ich habe kein geld alle die bei levo jetzt einbrechen wollen weltstraße nummer zwölf erste etage